Jesus Christus, so wie ihr verbunden seid mit Jesus Christus, wird euch Jesus niemals herauswerfen. Ihr seid mit ihm, ihr seid in ihm, aber ihr müsst wissen, unter dieser Verdauung zu leben, dass es das Leben ist, ihr müsst es wirklich kennen, ihr müsst euch bewusst sein, denn ansonsten, glaubt ihr immer noch, dass wenn ihr etwas Schlechtes fühlt, etwas Schlechtes zu euch passiert. Und deswegen könnt ihr euch nicht bewegen, ihr könnt euch nicht genau wissen, wer ihr wirklich seid in Jesus Christus. Und ich gehe in Romans 6, Vers 14, so dass ihr das wirklich begreifen könnt. So, it means, when you are under the grace, the Romans, Paul, read very clearly. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but you are under the grace. Amen? Den Sünden hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr hebt von der Barmherzigkeit Gottes. So, it means, when you are under the grace of God, when you say, I am under the grace of God, it means, sin has no dominion, sin has no power anymore in eurem Leben. Amen? You have to very clear about this, because you cannot say, I am under the grace, but you still do the sinful things. Aber er geht trotzdem noch diesen Sünden nach. This is the problem when people think about grace. Because Paul is very clear. In Romans 6, Vers 15, But then, shall we sin, because we are not under the law, but under the grace, by no means? You are very quiet. Soll das nun etwas heißen, dass wir einfach Schuld abholfen können, weil ja Gott ist beim Herzigkeit Ziel, und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Nein, so ist das nicht gemeint. Nein, so ist das nicht gemeint. So, by all means. Say to your neighbors. Das ist so gemeint. Das ist so gemeint. You can, you can, because people think, listen, I will go deeper, that's why we will need the help from the Holy Spirit. Okay, you can say, I want to hear grace, I don't have grace to go. I am in Christ Jesus, and I know that I have no condemnation, but I still do the sin things. Aber ich tue nur trotzdem diese Sünden Sachen. I still in a bonnage. Ich will immer noch gefiezen. I cannot lose it. Aber ich kann mich nicht befreien. Listen to me, church. And you will have faith life. Ich werde ein gläubiges Leben führen. Faith life, faith. Achso, ein unendetes Leben führen. Ja, genau das. Okay? Because you cannot live under the two worlds, you know? You cannot live in the flesh, in the flesh. And you want to walk in the spirit. Want it, in the spirit, to end. The problem from people think, okay, I hear grace, I don't know what you're doing. I preach also, grace, you know it. Und auch ich predige. But it means not, but it's the license that you can take everything. And the essence is, if you do something bad, there is fleshly things, there is sin. These fleshly things, these sins, you cannot do it. That's why we go to Romans 8. Romans 8, verse 1, until 4. Romans 8, verse 1, until 4. Romans 8, verse 8, steht geschrieben. Therefore, a little game, okay? There is now no condemnation. It's very clear. Hallelujah for that. Amen? Amen. No condemnation for those who are in Christ Jesus. Because, why? Why we have no condemnation? Because through Christ Jesus, the law of the spirit, look at this, okay? The law of the spirit, who gives life, has set you free from the law of sin, and that for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so he condemned sin in the flesh, Jesus Christ, in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live. Look at this. He's very clear about that. who do not live according to the flesh, but according to the world spirit. read! Read in the journal. In the journal of the book steht geschrieben, wer nun mit Jesus Christus verboten ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz des Sünder und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht mehr helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, weil wir, an der Sünde versklavt, zu schwach sind, es zu erfüllen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie von der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Verurteilung der Sünde auf sich. Er, so erfüllte sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige, menschliche Natur unseres Lebens. Versteht ihr das jetzt genau? Soll ich noch mehr... Paul ist ganz klar darüber. You cannot go to the high requirement of God by doing the law. You cannot do it. Du kannst nicht, indem du das Gesetz erfüllst, weitergeben, zu heute und wo dich Gott handelt. Denn durch das Wissen über die Gesetze weißt du auch, was Sünde ist. Okay? Und das Gesetz hat keine Kraft dazu, dich rauszubringen. Das Gesetz hat keine Kraft aus der Sünde herauszubringen, aus diesem sündhaften Leben. By knowing the law, you only know that when I am the law weist, I am sin. Dass du ein Sünder bist. I do sin. Dass du Sünden trinkst. Amen. Amen. The first commandment is love your God with all your heart, love your heart and everything in you. Mit all deinem Herzen, mit all dem, was du bist. So it means when you're not coming on Sunday to church, you break the law. Dann hast du das Gesetz nicht gebrochen. But Pastor, I'm working. But Pastor, I'm working. You break the law. You break the law. You break the law. No. 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 You just break the law. Okay? You just break the law. You cannot say, Pastor, no, no, nothing. Pastor, I have had it. You still break the law. Du hast trotzdem das Gesetz gebrochen. Because law said, you have to. That's the demanding. That's the demanding. you say, Pastor, but I have to prepare for my exam. You still break the law and you're not coming to church. Also, the student, if they come on Sunday to church, you must also the law. The law doesn't care. Either you have this or that or whatever it is. There is no excuse. I don't know what to say to you. That's what I want to say to you. The law gives no excuse. There is no excuse. You have to do it. You have to do it. You have to do it. Amen. Say to your neighbors, Wahnsinn. Wahnsinn. Incredible. Nobody can do it. And God knows it. And God knows it. That's why he sent Jesus Christ. Now, when you receive Jesus, the law for you is not the law of flesh and the power of sin. No. But for you, it's not the law of the spirit. It's the law of the spirit. Amen. So, that's why in verse 4, look at this. In order that the righteous require, look at this, the righteous require, the righteous demanding of the law may be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the spirit. Now it's the chain step. So erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie das Gesetz schon immer verlangt hat, durch jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. That's why I just want to go fast here. It finishes what is overcoming you today. When you in Jesus, why do you not have a condemnation? Why do you not have a condemnation? Because Jesus received all your condemnation on the cross 2000 years ago. For 2000 years. Now that what what is for you is the spirit warrior. It's this spiritual level. The law of the spirit. That's why there is no flesh. There is no flesh. But spirit. Amen. That's why in Galatians 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 5 Galatians 5 Galatians 5 1st 18 Look at this. Galatians 5 verse 18 But if you are led by the spirit you are under the grace. Amen. You are not under the law Das bedeutet, wenn ihr aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr nicht mehr unter der Gesetz der Sünde, unter der Gnade Gottes, lebt also unter der Gnade Gottes, die durch den Geist Gottes geleitet wird. Amen. Amen. You cannot say, I am living under the grace of God, but my flesh lebt my life. Aber mein Fleisch lebt mein Leben. You cannot do it, das könnt ihr nicht tun. You cannot do it, das könnt ihr nicht tun. Denn der Fleisch, der Geist, der Geist ist keine fleischliche Sache. Sinnhaftes Leben, weil wir folgen, was das Fleisch tut und was das Fleisch in unserem Leben verlangt. Das heißt, Galetians 5, Galetians 5, verse 16, wir gehen von 16, okay, until 21, look at this, Galetians 5, verse 15, verse 16, sorry, okay, verse 16. Okay, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh's desire, what I said to you, what is contrary to the Spirit, and the Spirit, what is contrary to the flesh, they are in conflict with each other, and that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious. Sexually, immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, feats of race, selfish, ambitions, dissensions, factions, invite, dramas, orgies, and the like. I want you, as I did before, that those who live like this, will not inherit the kingdom of God. In German, in Galata steht geschrieben, Galata 5, verse 18, Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gott will. Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid im Forderung des Gesetzes nicht mehr länger unterworfen. Denn gebt ihr dagegen den selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Züttellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götteranbetrug und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Unheiligkeiten und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso. Wie Neid, Truppensucht, irgübige Klage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warner euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Amen. Und diese Worte des Gottes sind ganz klar. Weil die Worte des Gottes bedingt, die Lust des Fleisches, das sind die Anforderungen des Fleisches. Und wir denken, wenn wir die sexuelle Moralität machen, wir denken, wir denken, wir sind das und das und das. Aber ich bin immer noch ganz okay mit Gott, weil wir sind der unter der Gnade Gottes. Richtig. Ja, wir sind immer noch in Jesus Christus. In Christus, there is no condemnation. I agree with that. I am dead for that. Ich sage dazu Amen. Aber das Problem daran ist, du kannst nicht unter der Gnade leben und trotzdem noch unter dem Fleisch dazu. Du kannst nicht sagen, für mich ist das okay, to live together with somebody, zusammen zu leben mit jemandem, I do sex with everybody, und auch sex haben mit jeder Mensch, but I am under the Gnade. You are under the Gnade, you don't know who exactly you are. Und dann weißt du nicht, wer du mit genau bist, wenn du immer noch in diesen Fesseln bist, egal was für Fesseln du hast, Pornography-Bondage, oder Alkohol-Bondage, oder Tabak-Bondage, whatever it is. Und du sagst immer noch, ich bin immer unter der Gnade Gottes. Und du sagst, because I have no Romans 8, verse 1. Was soll ich erzählen, es ist noch condemnation in Christ. Und das war, ich still do it. Und deswegen kann ich es immer noch weiter tun. No, you not. Nein. Because Paul is very clear, Paul is very clear. Paul und die Bibel hat ganz klar gesagt, wenn du es weißt, you will not do it, dann wirst du es auch nicht tun. Because now, what you are, denn jetzt, wer du bist, you are a spiritual being, du bist ein spirituelles, a new creation of you, eine neue Schöpfung von dir, a spiritual, in einem spirituellen Level. Amen. You cannot live fleshly, you cannot live fleshly, but you still do, you think that you are spiritual. Und immer noch denken, dass du spirituell bist. That's why we have to know, and that's why we have to know, who exactly are we in Christ Jesus. To win from every problem from the flesh. You know something, it's not, you know, because lots of my, they say like this, when you want to win the congregation that they live by this place, preach the sin. No. Then musst du irgendwie Sünde predigen. To take the congregation off from this place. Und diese Kraft herauszunehmen. To take the congregation off from the sin. That the mind from the sin. Is to preach the grace of God. Is to preach the grace of God. Because Paul is very clear. And Paul is in ganz klein stimmen. Where sins abound. Where sins abound. Where sins abound. Grace abound much more. Überstüttet die Gnade sie. So, how can you overcome it? Wie könnt ihr das überkommen? So that you have to know, who you are in Christ Jesus. You know something, we are so full. We are so full davon. That we have received preaching. That we are reading. Something that not tell us who exactly we are. Aber irgendwas sagt uns nicht genau, wer wir sind. Who exactly you are. Wer genau wir sind. We try everything. But actually we already have it. Aber wir haben das eigentlich schon. You know who exactly you are. Wisst ihr, wer genau ihr seid? Like we sing the song. So wie wir heute den Song gesungen haben. You are the child of God. Wir sind die Kinder Gottes. Amen. Like Jesus, the son of God. So you are, you are the child of God. So you are the daughter of the king. You are the sons of the king. So you are the son of the king. The problem when we are living still under the bondage of man. And you are not living according to who you exactly are. Nach dem, der wir eigentlich sind. You are complete in Jesus Christ. Sie sind vollständig in Jesus Christ. That's why the Holy Spirit is ready to see you. Deswegen sagt der Heilige Geist ganz klar. So when you see you receive Jesus Christ. So by the Jesus Christ. He resides in you. Like that comes you. Amen. Because you are the holy temple of God. You are the holy temple of God. In Jesus Christ you are complete and perfected. You are a beloved one. You are a beloved one. Now it's, you know something. So to train, to train, that we are in training to live by the spirit. Und es zu trainieren in dem Geist zu leben. That you know that you are a spiritual being. Dass wir wissen, dass wir ein spirituelles Lebewesen sind. You need the Holy Spirit. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. You really need the Holy Spirit. Wir brauchen wirklich diesen Heiligen Geist. Otherwise you get confused. Ansonsten werden wir verwirrt werden. You get confused. So many times we just let the Holy Spirit not working in our lives. But actually Jesus sent very clear. Jesus is very clear about that. Jesus hat ganz klar gesagt. Better for me to go to the Father. Es ist besser für mich zum Vater zu gehen. So dass der Helfer zu dir hinein kann. So dass der Helfer zu dir hinein kann. So dass der Helfer dir helfen kann. So dass er dir alles erzählen und leben kann. So dass er dir die Kraft geben kann. Aber so viele und so oft, dass wir sagen, dass wir es nicht brauchen können. Und wir sind so verwirrt. Und wir sind so verwirrt. Dass wir nicht bei dem Geist leben können. Das ist so, dass wir nicht bei dem Geist leben können. Wenn du durch den Heiligen Geist lebst. Dann seid wir unter der Gnade. Ihr seid nicht unter das Gesetz. Wenn du nicht unter das Gesetz seid, dann seid ihr nicht unter der Gnade. Das ist das, was die Helfer zu gehen. Amen. Das ist das, was die Helfer zu gehen. Das ist das, was die Helfer zu gehen. Wenn ihr durch den Geist geleitet seid. Und jetzt ist die Frage, wie? Wie können wir durch den Geist wandeln? Ist dein Bewusstsein voll mit dem, was Paulus gesagt hat, wer du bist? Dass Gott gesagt hat, wer du genau bist. So, it means like this. You have to know, what God already done. Das bedeutet, dass du genau wissen musst, was Gott getan hat. He's still doing. Was er auch bereits, immer noch zu tun. Was Gott bereits gemacht hat. He's still making for you. Er macht es immer noch. You are who God says. Wer Gott gesagt hat, wer du bist. Amen. You are not somebody else. Das ist nicht jemand. But you are what he says. Nein, du bist genau, wer er gesagt hat, wer du bist. Er liebt dich. Du bist nicht irgendjemand. Der definiert wird durch das, was er in der Vergangenheit erlebt hat. You are not somebody. Nein. Der definiert wird durch das, was er in der Vergangenheit erlebt hat. Der definiert wird für etwas, was die Leute für dich tun. Because this is the bondage. You have to be afraid today. So many of the people today. I know that somebody here. I know that somebody here. The spirit tell me. And the spirit tell me. So many people are so bonnet. Because they are so bonnet. Because they are so bonnet. Because they are so bonnet. They know that they are so bonnet. They know that they are so bonnet. But they cannot live by it. Because they are still feeling condemned. You are not condemned when Jesus Christ. Amen. And the devil tried to say to you. Versuch zu sagen. You are not. You are not. That you are not. Don't you know what you did? Hast du nicht? Der Tod hat nicht gesagt, was du getan hast? Und deswegen wolltest du noch nicht kommen, oder? Don't you know what you did last week? Weißt du nicht mehr, was du letzte Woche getan hast? Even if you pray. Selbst wenn du gebeten hast. You still masturbate. Also trotzdem masturbate. Und du fühlst dich verdammt. Und der devil ist sehr glücklich darüber. You know how you can win of everything of this? Wie kannst du das alles besiegen? Like by the Spirit. Indem du vom Geist geleidigt wirst. How und wie? By really mindful that you know who you are, what God says who you are. Und du ganz genau weißt, wer du bist, derjenige, der Gott gesagt hat, der du bist. That's why John is very clear. John is very clear. I talk about it. My dear children. Meine lieben Kinder. Er hat gesagt. We have an out for K. Wir haben einen Verteidiger. Go to John. Geh mal zu, wo du bist. I just follow the Holy Spirit. He wants to free you today. Ja, die Geist möchte euch befreien hier. Look at this. 1 John 2. My dear children. 1 John 2 verse 1. My dear children. I write this to you. So that you will not sin. But if anybody. Dear children, here is to talk about you, the beloved one. But if anybody does sin. We have not forget the Father. Jesus Christ. The righteous one. He is the atomic sacrifice for our sins. And I am only for hours. But also for the sins of the whole world. 1 John 2 verse 1. Bitte schön. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht länger sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, da tritt einer beim Vater für uns ein. Denn selbst ohne jede Sünde ist Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja, die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesündet. Er hat sie gesündet. Und das bedeutet ganz klar, meine kleinen Kinder, die geliebten Gottes, selbst wenn du sündest, dann seht euch nicht selbst. Aber wenn du dir das getan hast. Und seht, dass ihr dieses Opfer habt. Das Opfer ist Jesus Christus. Und durch seine gerichtliche Gott. Dadurch, dass ihr in ihm seid, seid ihr auch gerecht. Don't believe what the devil does. Und was der Teufel euch gesagt hat. Amen. You are still righteous. But you, in your walking by the Spirit, Aber ihr, da ihr durch den Heiligen Geist wandelt, ihr braucht den Heiligen Geist. Otherwise you will be a dry book. Ansonsten werdet ihr wie trockene Brüder sein. Denn ihr wisst nicht, was ihr tun. Because you want to do what you, you want to do what these things, like Paul said, but you don't do it. Aber das tut ihr trotzdem nicht. But you don't want to do what you don't want to do. Aber wir wollen nicht das tun, was ihr nicht tun wollt. But you do it. Aber es tut ihr trotzdem. Confused. Ihr seid verwirrt. Aber heute gibt es Freiheit für euch. Denn der Heilige Geist möchte dich berühren. Denn der Heilige Geist möchte mich öffnen. Und diese trockenen Boote wieder mit Wasser rutschen. So that the dry boats can wake up again and can walk again. Und sie wieder laufen. Deswegen brauchen wir heute die Berührung des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß, dass heute jemand hier, es ist nicht so anfühlt wie dry boats. Es gibt so viel, was in deinem Leben passiert ist. Sie gesagt, ich kann nicht mehr laufen. Es sieht so aus, als könnte ich mich nicht mehr befreien. Deswegen möchte ich heute eine Sache aus. Weil ihr den Heiligen Geist habt. Du bist frei. Durch diesen Geist könnt ihr es tun. Durch diesen Geist könnt ihr es tun. Ihr könnt es sagen, aber lieber Freund. Was ihr in euch habt, ist nicht der Geist der Angst. Was ihr in euch habt. Because you receive Jesus Christ. What you have in you is the spirit of freedom. Es ist der Geist der Freiheit. Amen. Say to your neighbors, I have the spirit of freedom in you. You don't have the spirit of fear. Ihr habt nicht den Geist der Angst. Aber you have the spirit of freedom. Der Geist der Freiheit. Heute brauchen wir diesen Heiligen Geist. Because under the grace of God, you need the Holy Spirit. Because walking under the grace, unter der Gnade zu wandern, it means you're walking with the Holy Spirit. The joy that you have in the Heiligen Geist. Walking with the Holy Spirit, it means, the world has no, the word has no words. To find who you are. Walking with the Holy Spirit is like this. You are full with what God says. For example, it's like this. zum Beispiel könnte es so sein. You go to the doctor. And you have known that you have some cancers in your lungs. Und du weißt, dass du einen Krebs oder sowas hast. In deinen Lungen. Und du sagst dir auch, das ist das Ende meines Lebens. The doctor has no definition of what you want to be. Amen. I always tell my patient, what I say to you, is not the end. Because God can still do miracles in your life. That's why, when you heard that, when you see your lab, the laboratory, your health, whatever it is, it's not the end. What end is, what real is, what Jesus spoke about that. Amen. When he said, 2000 years of the cross, by my stripes, you are my wounded, and you are healed. You are healed. that is what with the spirit. That is what with the spirit. But we need the Holy Spirit. But we need the Holy Spirit. Jesus said like this, you need the Holy Spirit. The Holy Spirit reminds everything that I say to you. So that er euch daran erinnert, was ich euch bereits gesagt habe. Amen. The encounter with the Holy Spirit is very important. today I just want from all from us, that if you have a dry nose, that we invite the Holy Spirit to touch your life, that we invite the Holy Spirit to touch your life, to touch your life, so that something has us, so that the fire of God burning inside you, so that we can move and move without bearing. Are you ready? He opens the Ezekiel, that is heaven. Ezekiel, that is heaven. The valley of the triumphant. Da steht gestiegen. The hand of the Lord was on me. And He brought me out by the Spirit of the Lord and sat me in the middle of a valley. It was full with bones. He led me back and forth among them and I saw a great many bones on the floor of the valley. Bones that were very dry. Probably your life is dry today. But the Holy Spirit won't touch so that your life will be flourished again. He asked me, Son of man, can this bone live? I said, Sovereign Lord, you alone know. And He said to me, prophesied to these bones and said to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath. I will make pneumaticos. I will breath on you. I will make breath unto you and you will come to life. I will attach tenders to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. And you will know that I am the Lord. And seven, so I prophesied, so I was commended and I was prophesying there was a noise, a rattling sound and the bones come together, bone to bone. I look and tenders and flesh appear on them and skin cover them. But there was no breath in them. And He said to the prophecy to the breath, prophesy to the son of man and say to it, this is what the Sovereign Lord say, come right from the forehead and breathe into the slave that they may live. So I prophesied as He commanded me and breath entered them and came to life and stood up on their feet of fucks Amen. Amen. Und hier steht geschrieben, der Herr legte seine Hand auf mich und sein Geist hob mich empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Todgebeinen überseht war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Der Herr fragte mich, sterblicher Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Dann sagte er zu mir, sprich zu diesen dünnen Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich lasse Segel und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Noch während ich redete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seiner Stelle. Segel und Fleisch wuchsten um sie herum, darüber bildete sich die Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Das sprach der Herr zu mir, sterblicher Mensch, rufe den Lebensgeist und befiehl ihm, was ich dir sage. Er soll aus den vier Himmelsrichtungen kommen und diese toten Menschen anhauchen, damit wir zum Leben erwachen. Und ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Der erfüllte die Lebensgeist, die toten Körper, sie wurden lebendig und sie standen auf. Sie waren zahlreich für ein unüberschaubares Heer. Er sieht ganz klar, dass Ezekiel das einzige, was uns lebendig machen kann, der Heilige Geist ist. Das ist weshalb Ezekiel prophezeit, die er aus der Heiligen Geist kommt, um diese Totenkörper wieder zu füllen. Und das ist der Hauch Gottes. Und Gott möchte euch diesen Hauch geben. Seinen Geist. Um sich zu überfüllen. So dass du wiederleben kannst. So dass du wissen, wer du in Jesus Christus bist. So dass der Teufel keine Worten dazu haben. So dass du wissen, wer du bist. So dass du wissen, dass dein Pass ist das Divine, wer du bist. Dass deine Vergangenheit nicht definiert ist. Du wirst durch den Geist gehen, nicht durch dein Fleisch. Nicht durch dein Fleisch. Wisst ihr, warum ihr so seid? Ihr seid so besorgt. Selbst wenn ihr unter der Gnade seid. Weil ihr immer noch unter dem Fleisch wandert. Das solltet ihr nicht tun. Lebt nicht unter dem Fleisch. Lebt unter dem Geist. Lasst den Heiligen Geist euch berühren. Ich weiß nicht, was solch passiert ist. Aber Herr Ezekiel ist sehr klar. Gott möchte, dass ihr aufwacht. Gott möchte, was er lebt. Gott möchte, dass ihr das Leben lieben könnt. Gott möchte, dass ihr sein Königreich empfangt. Dass ihr in der Königreich des Himmels lebt. Amen. Wenn ihr auf Peace, Christen und Frieden habt. Das ist das, was ich finde. Romans 14, Vers 17. Go to Romans 14, Vers 17. Und im Röberbrief geschrieben. So you know. Romans 14, Vers 17. Im Röberbrief 14 steht geschrieben. Romans 14, Vers 17. For the Kingdom of God. Wo Gott das neue Welt beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen. Und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. So you go to the English version. You go to the English version. So I want to say to you like this. So when we erase, not a matter of thinking about righteousness and Christ, when we erase that, when the word is not there, then the one thing that happens is like this. For the Kingdom of God is in the Holy Spirit. Das Königreich ist ein Heiliger Geist. Amen. You cannot say I am in the Kingdom of God. Ihr könnt nie sagen, ich bin im Königreich ist ein Heiliger Geist. Ihr möchtet das Leben außerhalb des Heiligen Geistes. Nein, das könnt ihr nicht. Das Königreich Gottes ist ein Heiliger Geist. Und der Königreich des Himmels ist um Gerechtigkeit. Und deswegen hat Jesus ein Klage geschrieben. Job 14. Johannes 14. Der Heilige Geist wird dich daran erinnern, wer oder was für eine Gerechtigkeit du hast. Deswegen um Heiligen Geist zu leben. Du brauchst den Heiligen Geist, wer dich erinnert, wer du bist. Und was ist das Ziel der Gerechtigkeit? Es ist gerecht zu stehen vor Gott. Und der Heilige Geist erinnert dich daran. Und was der Heilige Geist auch tun wird, wird er Frieden geben und Freude. Wer braucht heute Freude? Wer braucht Frieden? Der Heilige Geist möchte euch das geben. Der Heilige Geist möchte euch das geben. Der Heilige Geist möchte euch das geben. Er möchte das tun. Wenn du heute keine Freude und keinen Frieden hast, dann möchte ich eins zu dir bitten, dass du vom Heiligen Geist so berührt wirst. Wenn der Heilige Geist so berührt wirst. Wenn der Heilige Geist würde euch nicht dazu zwingen. Wenn er sagt, heute brauche ich das. Meine trockenen Bohnen, wir werden dafür beten. Das Überherschen von diesem Heiligen Geist hat hier in dieser Kirche gemein angefangen. Gestern in einer Gebetstunde kam der Heilige Geist natürlich überrascht. und hat in einem kräftigen Weg gewandt. Und hat Glauben berührt. Deswegen seht ihr, dass es heute anders ist. Es ist anders, weil sie in dem Heiligen Geist gewandt. Und wenn du heute eine Erfrischung brauchst. Eine Erfrischung für dich. Lass dich vom Heiligen Geist berühren. Wenn du Angst hast. Lass dich dem Heiligen Geist sagen, dass du sein Sohn Gottes bist. Wenn du irgendwelche Lasten hast und du keine Kraft hast. Lass dich dem Heiligen Geist dich berühren. Sodass du wieder frisch bist. Was Gott in mein Herz gelegt hat, hat. Er möchte, dass diese trockenen Bohnen auferstehen. Er möchte, dass diese trockenen Bohnen wieder leben. Eine unzählbare Bohnen wieder lernen. Was möchte er? Lass den Heiligen Geist euch zeigen, wer ihr Vater ist. Lass den Heiligen Geist zeigen, wer ihr Vater ist. Möge Gnade und Friede in eurem Leben multipliziert werden. Möge Gnade und Friede in eurem Leben. Möge Gnade und Friede in eurem Leben. Möge Gnade und Friede in eurem Leben. Wenn du sagst, ich möchte das. Ich möchte dich für dich. Kommt einfach nach vorne und wir beten für dich. Und wir singen das Wort von gestern.